Tavula Rasa Tavula Rasa Tavula Rasa rein Schiff machen Tavula Rasa Aktion Manipuliti Das erholten sich die Menschen Aktion Manipuliti Fordere Sie auf, dass dann werden Sie erkennen, dass es zu illegalen Zahlungen kam oder zu Zahlungen, die mit den politischen Anstrengen nicht vereinbar sind, dass Sie dafür sorgen, dass das aufgeklärt wird und zurückbezahlt wird Ich trete dafür ein, dass die Vorwürfe lückenlos aufgeklärt werden Ich trete dafür ein, dass die Verantwortlichen alle rechtlichen Konsequenzen zu tragen haben Mir ist die Mentalität, den Staat oder staatsnahe Betriebe als Selbstbedienungsladen zu verwenden, zutiefst zu widern und stimmen Sie zu, wenn wir versuchen, durch die schärfsten Gesetze, die möglich sind, durch einen Neubeginn das Vertrauen der Menschen in die Politik dieser Republik wieder herzustellen Tavula Rasa rein Schiff machen Tavula Rasa Aktion Manipuliti Das erholten sich die Menschen Tavula Rasa rein Schiff machen Tavula Rasa Aktion Manipuliti Manipuliti Tavula Rasa Aktion Manipuliti Uwo über die Telekom hin also zu den ganzen Immobilienbereichen Beraterverträge, Staatsbürgerschaftsverleihungen und Rüfte, die sich dann immer wieder Summen aufteigen Woche, Woche neue Skandale, die ruchbar werden Woche, Woche verlängert sich die Wiste von sogenannten Nehmarn und möglichen Abkassierern in der Republik Und es wird ein Bild sichtbar, dass offenbar jahrelang, wenn nicht jahrzehntelange Tradition in Österreich hat und offenbar jahrzehntelang gelernt wurde, bitte klären Sie das auf. Davula Rasa, rein Schiff machen. Davula Rasa, Aktion Manipuliti. Das erholten sich die Menschen. Aktion Manipuliti. Davula Rasa, rein Schiff machen. Davula Rasa, Aktion Manipuliti. Das erholten sich die Menschen. Davula Rasa, Aktion Manipuliti. Und letzten Endes geht es um einen großen politischen Neubeginn. Wir wollen, sicherstellen, dass rechtlose Aufklärung in einem möglichen Korruptionsdschungel, Nehmerdschungel, Abgasierdschungel, wir brauchen einen Neustart in dieser Republik. Das gehört geändert. Sie glauben immer nur, wenn man dreimal die Farbe wechselt, sind alle Spuren verwischt. So ist es aber nicht. Es müssen eigentlich die anständig, die fleißig, die tüchtig eine Vertretung in dieser Regierung haben. Es muss sich radikal etwas ändern. Wir wollen moralische Politik und nicht politisierte Moral. Jene, die sich ihre Hände schmutzig gemacht haben, sind nach wie vor unter Ihnen. Um die Reputation der Politik wieder herzustellen, sollten wir an den Drehscheiben drehen. Hier ist einiges in der Pipeline. Wir können unsere Arbeit beginnen. Davula Rasa, rein Schiff machen. Davula Rasa, Aktion Manipuliti. Davula Rasa. Aktion Manipuliti. Davula Rasa, rein Schiff machen. Davula Rasa, Aktion Manipuliti. Das erwarten sich die Menschen. Aktion Manipuliti. Aktion Manipuliti. Aktion Manipuliti. Davula Rasa. Davula Rasa. Davula Rasa. Davula Rasa. Davula Rasa. Davula Rasa. Davula Rasa.